Hallo und Willkommen zu einer Runde Fortnite mit ClumsyRoaster644. Wie geht's? Wie geht's? Gut. Ich würde sagen 10er-Bomb. Also 10 Spucken müssen wir schaffen. Ich sag mal so, in die Top 10 müssen wir. Ja. Und 10 Kids müssen wir. Ja, ja. 10 Kids müssen wir auch machen. Also hier landen schon mal mehr als 6 Leute, denke ich mal. Mhm. Und der eine Typ, der landet nicht hier. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann ich hier schnell ins Haus rein. Schnell ins Haus. Perfekt. Hier ist gleich ne Putzi. Und ne D mehr. Okay. Ich hör jemanden. Am besten wär jetzt doch ne Pumps. Ja, ich liebe Pumps in Fortnite. Ja. Ich liebe Pumps in Fortnite. Ja. Wir sind grad voll. Aber geil. Aha, hier. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Sö, ich mach mal so. Ich spreng jetzt alles hier. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das machst du jetzt nicht. Komm ruhig her! Komm ruhig her! Komm ruhig her! Oh ja! Hab ihn! Hab ihn nicht! Ah! Nein! Ja! Ich bin fast da! Ah nein! Ja! Komm doch ruhig her! Nein! Ja! Nein! Nein! Ja! Komm ruhig! Komm doch! Oh nein! 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 Ich gehe weg! Weg! Nee, geh ich nicht, weil ich ... Was ist das? Ja, aber das ist sehr ... Komm, komm, komm. Komm, trau dich. Okay, so. Bei mir, Spiel ... Oh, Mann. Das packt so was. Wir sind ... Nee, oh nee, oh nee. Mein FPS, was ist denn hier los? Ich kann ... Ich kann mich nicht bewegen. Oh, jetzt schon. Was ist das für ein ... Was ... Oh ... Das packt so das Spiel. Hilfe. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Was ist das für ein Spiel? Ich kann mich gar nicht bewegen. Oh, jetzt kann ich mich bewegen. Ich kann mich bewegen. Beste einfach Internet. Oh ... Mensch, was ist das? Ich kann nicht nur mal laufen. Was machst du? Was machst du? Hallo? Ach so. Ja. Oh, Mensch. Was ist das? Wieso kann ich das nicht abbauen? Wieso kann ich jetzt nicht bewegen? Oh, Mensch. Ich habe eine Frage. Ja. Ist das Spiel bei dir auch so? Also, ist das bei dir flüssig oder was? Bei mir ist das ... Ich habe mir was gekauft, damit ist das so flüssig. Bei mir ist es so, ich laufe, dann kann ich nicht laufen, dann baue ich, dann kann ich nicht bauen. Okay, das war sehr gut. Okay, das war sehr gut. Okay, jetzt ... das ist die Flüssig. Das ist die Flüssige. Oh, 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 la, la, la. Oh, la, 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 la. Ich mach mal so und das nehme ich. Ne, das brauche ich. Hast du Munition? Pump-Munition? Ne. Okay, jetzt hab ich. Such selbst gerade. Jetzt hab ich. Wo bist du denn? Ach, hier. Wieso ist hier niemand? Wieso ist hier niemand? Lass woanders gehen. Lass hier hin. Guck. Ja? Ja. Ja. Okay. Wenn du Motorrad ziehst, sag mir, okay? Wenn du Motorrad ziehst, sag mir, okay? Ja. Ich kann sehr gut Motorrad fahren im Fortnite. Wenn du Motorrad ziehst, sag mir mal. Okay. Okay. Wir sind gleich da. Komm. Kommst du? Oh, da war ein Gegner, da war ein Gegner. Da, genau unter mir, ist ein Gegner. Oh nein, der schießt auf mich. Warte, ich mach den Platz. Hab ihn. Was mit dir, was mit dir? Oh, das kann ich gebrauchen. So. Bist du krank? Weil du wusstest. Da hat er gerade einen Froschenmalz. Ach. Stell dir vor, irgendjemand snipet mich oder dich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ups, 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 ups. Ich gebrauche das gerade nicht. Wusst du was von denen? Oh, das könnte ich so gebrauchen. Hast du Barren? Komm mal her. Was denn? Der Verkauf, denkst. Saufkanone. Egal, wie viel? Ne, du hast safe, denkst. Du würdest sie bloß davon nicht kaufen, nur dass ich das kaufe. Ne, ich wär nicht. Ich hab vorhin, ich hatte vorhin tausend Barren. Ich hab die alles ausgegeben für schöne Pumps in der letzten Runde. Äh, tausend Barren kann man noch nicht mal haben, aber egal. Doch, doch, doch. Nein, tausend Barren kann man nicht haben. Man kann nur bis 5.000. Ich sag ja, ich hatte tausend. Tausend, vielleicht tausend. Ja. Ja, man kann aber nur bis 500. Sagst du 500 oder tausend? Ach so, ja, 5000. Ja, alles gut, einfach. Hast du keins? 500? Ne. Schade. Ich hatte vorhin tausend. Ich hab die alles ausgegeben. Für was? Für schöne Pumps. Okay, was machen wir? Lass uns... Ja, halt hier bleiben. Hier in die Mitte, komm mal. Hier sind voll viele Gegner. Komm, komm. Eigentlich nicht nur dahin in der Richtung, aber egal. Okay, dann halt. Dann. Also, ich denk nicht, dass da Gegner sind, aber lass hin. Ich seh genau da, wo du markiert hast, kommt das. Komm mal her, komm mal her. Ich hab ein Auto. Warte, ich komm zu dir. Ich würd nicht mit Auto fahren. Was? Ich würd nicht mit Auto fahren. Die Gegner hören dich, das Auto ist viel zu laut. Und... Äh... Man kann da ganz leicht rausgesnipet werden. Ja, das denk ich jetzt nicht. Komm her. Alle. Digga, helf mir doch! Ich weiß nicht, was passiert. Digga, er lootet. Digga, wie kann man so seltsicher sein? Er lootet und lässt mich sterben. Digga... Ja, was soll ich machen? Ich hab... Ich hab nichts gesehen. Ich hab doch nichts gesehen. Oh Mann, ey. Hey. Kill ihn. Kill ihn. Kill ihn. Ja, das sind voll viele. Wie soll ich den killen? Alter, ich hab keinen. Ich denk's. Okay, ich mach... Ich riskiere alles. Und... Nee, ich komm zu dir. Ich hab... Piss mich hier rein. Warte, warte, ich komm. Warte, warte, ich komm. Digga, wenn ich jetzt sterben würde, wenn er... Warte, ich hab... Ich warte ab. Warte. Wenn die gehen... Nein, nee, ich hab wenig HP. Okay, ich komm. Ich komm. Ich komm. Hier, mich, hier, mich. Hier, mich! Ja, wir sind tot. Just in peace. Wieso? Ja, die kommen geschnürt. Oh, nee, nee. Warte, warte. Ich snipe. Komm. Komm, schnell, einfach geh. Ich snipe die, ich snipe die. Warte. Nee, komm. Versteck dich hier. Komm her, komm her. Ich hab einen Snipe. Da sind Leute und sehr viele. Ich schieße ihn jetzt ab, diesen Bot, Junge. Die sind doch keine Bots. Hab einen. Oh. Digga, den. Den hab ich auch. Easy, easy, easy. Oh, die sind voll schlecht. Total gut, ne? Sehr geil. Oh, ja. Das könnte ich gebrauchen. Warte, ich mach die weg mit Snipe. Sehr geil. Ich würd das nicht machen. Wieso? Oh. Bruder, ich hab den einen. Alter, was? Was macht der denn hier? Oh, toll, toll, toll. Digga. Komm, komm, schnell. Oh, sehr geil. Das ist alles eigentlich mein Loot, aber egal. Ähm. Brauchst du den Hammer? Oh, nee. Mach mit. Nein, nein. Mach nicht allein. Mach nicht allein. Junge, mach nicht allein. Mach nicht allein. Junge, mach nicht allein. Mach nicht allein. Mach nicht allein. Mach nicht allein. Geh einfach und respawn mich. Bitte. Schnell. Mach, mach. Also, gibts. Digga, willst du mich verarschen? Das sind sieben Gegner. Was soll ich machen? Mit Aufkürzung. Mit Aufkürzung. Mit Aufkürzung. Okay, guck mal. Wenn ich jetzt mach. Äh, hast du YouTube? Hab doch noch eins. Digga, soll ich dich meinen Gegner wiederholen? Willst du mich verarschen oder was? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Chill, chill, chill. Beleidigt mich, okay? Vala. Vala, wie soll ich dich bei Gegnern wiederholen? Okay, chill, chill. Ich krieg, ich krieg Nackenklatsche. Junge, chill. Kindergucken zu. Ne, du bist selber ein Kind. Wie heißt mein Account auf YouTube? Wie heißt mein Account auf YouTube? Hast keinen. Hä? Hast du keinen? Hä? Hast du keinen? Sag mir deinen Account auf YouTube. Okay. Ich heiße Sahi, also wie hier. Und, äh, Hi. Buchstabier mal. Ja. Es, S. S. Ja. A. Ja. Ha. Ha? Ja, H. also also die die halt hier s a h b die stehe ich auf die was mein name ist auf youtube auf ich hab doch einen namen um fortnight wie auch immer ich beende das video mit tschüss zu sagen tschüss